Ja, und ich heiße euch herzlich willkommen und ganz speziell auch alle Dortmund-Fans. Nein, okay, nein, 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 das war jetzt, das war gemein. Ich bin eigentlich, um ehrlich zu sein, so wie es aktuell ist, mit CSGO, klar, ein bisschen mehr Abwechslung könnte wieder reinkommen. Bin ich bei euch, den Kritikpunkt nehme ich mir zu Herzen. Immer nur jeden Tag sechs Stunden CSGO, ein bisschen Abwechslung, auch mal ein paar andere Spiele nochmal, mal eine Runde CSGO, äh, no. Sup, Nautico, danke dir auch nochmal für erneut zehn Gaffte-Zips. Ach, Digga. Gold, Gold, Mutter-Jokes, ich habe doch nichts gesagt, Master X, ich habe nur was gesagt. Lassen wir das. Digga, da hat gerade so ein Brain-Lag. Ich finde, man kann Wissen und Masturbieren nicht miteinander vergleichen. Das sind zwei Paar Schuhe, Digga. 100 Prozent zwei Paar Schuhe. Hm? Was ist? Oh, nee, habe ich mich wieder verstanden. Was habe ich gesagt? Okay, wo muss ich hin? Ich höre nichts. Warte, das ist Marcel, das ist ein Stuhl? Ja, da bin ich nicht drauf. Oh, da würde ich mich auch nicht drauf setzen. Warum? Was ist da? Der SR-Stuhl? Ist er voll gepupst? 100 Prozent. Also, wenn du auf den Stuhl, auf die Sitzfläche drauf haust, willst du nicht wissen, was rauskommt. Gold, Gold, Gold. Komm, Gabe, belohne mich. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Im letzten Pack, Digga! Im letzten Pack! Im letzten Pack! Oh, er hat mich belohnt! Und dann auch noch Fade. Oh mein Gott. Oh! Ja! Ich habe zwei Kekse. Wer will einen abhaben? Wer will einen abhaben? Oh, wie geil die riechen. Glaubt ihr, den kriege ich auf einmal in meinen Mund gesteckt? Oh, das wird schwierig. Aber ich glaube, das kriege ich hin. Warte mal, den kriege ich bestimmt... Warte, ich muss den einmal noch rülpsen, glaube ich. Oh, 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 oh. Weiter ging's nicht. Einmal gutes Gold im Hydra-Set. Bitte. Oh, bitte. Gut, 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 gut. Oh, Statschreck! Oh mein Gott. Oh. Viermal seltener als Gold. Bitte, bitte, bitte. Statt, äh, Fabrik neu. Mach keinen Arschritzen-Zustand. Ich traue mich nicht zu gucken. Oh, Factory News, Statschreck! Oh, 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 oh. Oh, 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 jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Digger, den hab ich ja sogar mit Kopfhörern gut gehört, Digger. Wie konntest du das aushalten 600 Mal? Das ist wirklich, das... Und jetzt ping P90 noch am Anfang. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Ich geh nach Hause, Bruder. Ich geh nach Hause. Ich geh nach Hause. Das war's. Hey, danke fürs Zuschauen. Ich fau ab, Bruder. Das ist... Auch noch, Bruder, auch noch der Dritt mit Stattrack in deine Fresse, Bruder. Das ist das... Wenn du... Du hast Game als Lutensohn beleidigt. Er beleidigt grad dich, deine Existenz. Alles, was du besitzt, das ganz... Alles, Marcel, alles. Das ist die Beleidigung von ihm direkt in deine Fresse. Das musst du dir mal überlegen. Krasser geht's gar nicht, Marcel. Krasser kannst du nicht angesprobt werden. Nach 600 Sets kriegst du Gold und dann das... Ich hab's verstanden als Maul, Mann! Er hat meinen ganzen Familienstandbaum gef***t, Digga. Alle. Alle hat er ge***t, Game. Der wurde schon. Er hat alle in den Arsch gef***t. Oh, Monte, du geile Sau. Chill, 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 chill. Oh, ja, gefällt dir das, hm? Du f***t Sau. Ja, das gefällt mir. Oh, ja, du geile Sau. So rede ich auch mit deiner f***ten Mutter. Danke. Und ich glaube, für euch alle und auch für mich, der schließe ich mich ein, war es super... Warte mal. Warte mal, habt ihr den geahnt? Und ich glaube, für euch alle und auch für mich... Der schließe ich mich ein... Digga! Hey! Was ist denn da los? Hallo? Das geht's ja nicht. Er ist einfach eingepennt, Digga. So einen Fettsack-Modus hat er da aktiviert, Mann. Aber wie kann man denn 500 Euro in 10 Minuten verspielen? Das kann ich mal als einzelnes Tutorial bei YouTube gerne hochladen, wenn das möchte ist. Interesse halber. Na ja, gut. Na ja. Egal, machen wir Kissen auf! Erstmal wer wird Millionär. Guck mal, Isa, das ist so. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wir müssen jetzt diesen Hobby, äh, dieses Pflichtprogramm, wer wird Millionär, damit niemand nach dem Stream sagen kann, oh, die sind direkt wieder nur CSGO. Ne, ne, wir haben auch noch was anderes gemacht. Oh mein Gott. Achtung, laut! Ja, hallo, äh, ich krieg heute von euch ne Lieferung, Nasenspray. Hm, welche Tele... Wo ist sie? Apotheke hier? Restaurant... Achso, ah, ja, falsche Telefonnummer. Alles gut, dankeschön. Danke, ciao. Ah, jetzt hab ich im Restaurant gestern. Das ist ja unangenehm. Hab im Restaurant anrufen, ne, Digga. Glaubst du, wir schaffen heute die Million? Äh? Äh, was? Die Million. Sascha hat mich angesteckt, wenn ich jetzt hier gerade. Ganz schlimm. Kannst du auch so Ringe machen? Äh, ja, hier. Nein, jetzt war mal... Frischige Ringe. Okay, wir machen nochmal den Contest. Ich hab Bock jetzt. Wir machen den Contest. Moment. Wer zuerst lacht? Wer zuerst lacht? Seid ihr bereit? Ich hab ein gutes Gefühl. Tastatur beiseite. Wer zuerst lacht? Äh, wer zuerst lacht? So, komm. Moment. Moment, Philipp, wir machen den Contest. Wer zuerst lacht? Moment. Bin hier gerade schwer beschäftigt. Okay, drei. Zwei. Eins. Mann! Verkackt! Hier haben wir nochmal das Paradebeispiel von Schummelpackungen irgendwie. Die hab ich mir heute geholt. Und ich hab mir gedacht, wow, das ist ja richtig nett, Alter. Und jetzt die Realität, Digga. Digga. Aber deine Nippel schief. Kannst ja dran saugen, bis die Scheiße wieder gerade ist. Sieht aber, sagt mal ganz ehrlich, sieht verdammt sexy aus, oder? Das sieht so doli aus. Ah, okay, nevermind. Danke dir. Ich mach jetzt noch kurz ein Giveaway. Eine Minute Zeit noch, Chat. Eine Minute. Hast du weiter geöffnet? Ja, klar. So süchtig? So, jetzt hier eine gefährliche Kiste. Nicht der, aber. Was sagst du? So, mit Röstschwebeln. Ist nicht scharf, Mark, ne? Nein. Also, das ist jetzt wirklich um Grenzen. Ja, ja. Das sind doch dieselben, die du sonst auch immer hast, oder? Chili-Flocken hab ich gar keine.